Dankeschön! Es freut sich mir in Kalakar. Das war jetzt eine gute Logo. Alright, wir haben noch einen wunderschönen 2, 3, 4, 5 Das ist das nächste Mal. Nö, ich will in der 3, 4. Yeah, aber... Nein, das war ein Süß. Wollte es irgendwie zu sein. In der 3, 4, 5 Wollte es an... Wollte ich wieder zurück, Wollte es gleich wieder zurück, Wollte es wieder zurück zurück, in der 4, 5, 6 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bevor wir gerne noch mal ganz kurz an die Zuschauer hier ganz herzlich danken. Vielen Dank, ihr wart ein super Publikum! Dank dem Verein für alle Jubiläen, den großartigen Leo Obram am Lichtpult. Gibt den großen Applaus. Und am Licht, am netten Freundinnen und vor allem die tollen Reinspieler. Vielen Dank! So, wir waren hier im ersten Moment. Ihr könnt uns wieder hier sehen, alle zusammen mit den Leuten auf dem Schloss Heiligenberg am Fixsonntag, 9.06.2019. In sehrem Jugendheim, mit großem Open Air. Und verabschieden wollen wir uns mit einem tollen Song von John Lennon. Eine Hübner eigentlich, die ganz gut zum Beatles gepasst hat und allein geschrieben. Ihr kennt auch dieses Lied alle, könnt alles mich singen. Vielen Dank nochmal, kommt gut heim! Vielen Dank! 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 Kommt gut! Tschüss! Vielen Dank! 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 Vielen Dank!